Musik Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 2 Da bin ich endlich bei dir mit DirectX 11 und hochauflösen Texturen Ich hoffe es laggt nicht zu sehr Ich werde nach der ersten Folge gucken Ich werde heute zwei Folgen aufnehmen Vielleicht auch dreimal sehen Und ja ich soll jetzt hier das Tor öffnen Nachdem ich die ganzen Aliens hier beseitigt habe Gut Junge Chill Fahr mich doch nicht gleich über So dann steige ich mal hier ein Und wir sehen wir haben einen Heavy MG Okay Das ist schön Oh oh das sieht da vorne nicht gut aus Und jetzt kommt eine Ladesequenz Das fängt ja hier wundertoll wunderschön an und so ne Hey es schrabbelt immer noch Was sollte sich denn auch dran geändert haben Meine Herren Die Verteidigung des Bahnhofs Und leiden über irndischen Reingängen muss stehen Und außerdem vermieden wir die Tunnel in sicherer Entfernung vom Hauptgebäude Zivilisten und Verwundete Werden bis zur Evakuierung sofort in die unteren Ebenen gebracht Aha so sieht New York eigentlich Also von unten aus Okay Wir sollen also ein Gebäude zum Einsturz bringen Damit wir die Mörser ausschalten können Ja dramatisch rauszoomen Und nochmal schräbliche Musik dazu bitte Jetzt sind wir im unsicheren Hafen Und what the fuck Harmonition voll Okay Verstanden Charlie Achtung wir haben Feindaktivität auf der westlichen Seite Ah C4 können wir sehr gut gebrauchen Vielleicht kommen ja nochmal Alienpanzer oder ähnliches Auf uns zu Dann gehen wir mal hier weiter Bewegung auf der Straße Zwei Vielleicht drei Volumen Die Infanterie reinreifen Ganz langsam meine Herren Okay dann werde ich Das Mist wie ich mal Stealth killen Dann schleiche ich mich hinter das andere Und werde es auch Stealth killen Zack Dann kommt jetzt noch das da dran Komm her Weg ist es Wieder schön Nano-Katalysator aufsammeln Und weiter geht's Ja Da oben sehen wir schon Truppen von uns Aber warum genau beschießen wir uns Bist du behindert? Hä? Willst du aufs Maul? Hä? Komm her Wir bringen erst die Zivilisten aus Der letzten Zug nehmen wir Ah Wir überprüfen jeden der in einem Zug steigt Er bringt uns durch Ja dann Wenn er das sagt Ähm Ich glaube hier lang Ja doch sieht ganz gut aus Kontrollpunkt aber ist Mann wir könnten hier ihre Hilfe gebrauchen Da sprengt jemand das Ohnüxgebäude am Ende der Straße vorbereitet Okay Okay Na dann werde ich mal die Central Station mit meinem Leben verteidigen Und zuerst muss ich die Gegner lokalisieren Oh, vielleicht hätte ich vielleicht doch nicht runterspringen sollen Oder vielleicht doch Ich habe keine Ahnung Ich renne jetzt hier einfach mal lang Oder auch was Oh Ich töte sie einfach So Kontrollpunkt erreicht Das sind Explosionen, die gehen einem schon auf den Keks Und ich finde, man sieht einen Unterschied zwischen den alten Texturen und den neuen Texturen Wobei ich die neuen nicht so wirklich schicker finde Aha Die Elms werden intelligenter, sie suchen sich jetzt schon Deckung Ich hoffe, das wird gegen die Nanos nicht mehr gezogen Ich hoffe, das wird gegen die Nanos nicht mehr gezogen Dann wird aktiviert Und dann gucken wir doch mal, was hier So rumkreucht und fleucht Ein L-Tag und noch ein L-Tag und Müll Und Munition Ein DSG Ich würde aber gerne reine Munition haben Mal gucken, was sagt unser Visor denn Ah, da ist Munition Ja, manchmal sehr hilfreich, wenn man keinen Plan von dem Oh, hallo Oh, hallo Oh, hallo Oh, hallo Oh, hallo Mit Keiner Befalls Glaubt einfach hier mit mir im Nahkampf zu kämpfen So und ja, ich nehme nochmal Munition mit Und wir nähern uns weiter dem Missionsziel Noch 136 Meter sind wir von dem entfernt Liegt hier sonst noch irgendwas Wichtiges rum Ah, ein Elf Jetzt liegt es auch hier rum Okay Ignorier mich euch Ein Sammlerstück Munitionsnachschub Und hier ist ja echt alles voll mit Aliens Geht sterben Ähm Okay Was tut das da? Soll ich jetzt hier oben weiter oder wie? Anscheinend nicht Aber ich kill nochmal das Alien hier Das vor unserer Tür steht So Ich muss mal die Waffe verwechseln Weil uns die Munition leider ausgegangen ist Ähm Und es laggt schon wieder ganz kurz Ich guck mir gleich auch mal die Aufnahme an Ah, Munitionsnachschub Okay Das sollte schaffbar sein Ähm Alles gut Und jetzt nicht So Begib dich in Sicherheit Dann Nanovision aktiviert Achtung Elkentress Es sind Molusten hier im Gebäude Nichts wie raus da Ich denke jetzt Cool Und was soll ich jetzt hier hin? Ah, hier geht es so Sehr schön Lass mich mal die Nanovision an Damit wir überhaupt irgendetwas erkennen können So, da haben wir es auch schon geschafft Keine Mellusken sind uns in den Weg gekommen Oh nein Nein Ich gehe hier oben ab Ich schleiche mich jetzt einfach eiskalt an allen vorbei Dann muss ich nochmal das gesamte Gebäude hier säubern Gut, dann muss ich mal wieder die Drecksarbeit hier machen Wunderbar Was versucht es? Achso, ich muss auf die andere Gebäude Seite Okay Verlaufen Und hier rum So 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 Waaah Beep Nein Oh, oh Ganz übeles aus Okay Okay, ich finde das ist der richtige Zeitpunkt Um die Aufnahme kurz zu überprüfen Kontrollpunkt erreicht Das trifft sich noch viel besser Und wir sehen uns dann gleich wieder Bis gleich Ciao So, da bin ich wieder Ähm Ja Irgendwie hat gerade kurz mein Spiel minimiert Und ja Ich soll wieder zurück Latschen Aber Ich bin